Ja, mein Name ist Beate Busch. Ich arbeite als stellvertretende Schulleiterin an der Grundschule in Lage und bin jetzt seit 26 Jahren an den AHF-Schulen tätig. Eine christliche Schule bietet die Chance, dass wir den Kindern von Jesus erzählen dürfen. Aber außerdem haben wir auch noch die Pflicht dazu. Das ist unsere Daseinsberechtigung als christliche Schule. Und deshalb liebe ich das. Das Besondere an dieser Schule ist der gute Zusammenhalt im Kollegium. Wir können richtig gut zusammenarbeiten, haben Jesus als Basis und können Probleme gemeinsam lösen. Das ist richtig toll. Das Miteinander mit den Eltern ist auch etwas ganz Besonderes an diesen Schulen. Ich habe schon oft erlebt, dass die Eltern mir gesagt haben, dass sie für mich beten, auch für die Klassen beten. Und das erleben wir auch. Das ist wirklich ein Miteinander. Außerdem unterstützen uns die Eltern bei der Bücherei, bei Klassenfeiern. Unser Schulfest im Frühjahr haben sie wahnsinnig mitgestaltet und ganz viel organisiert. Also wir können uns auf die Eltern verlassen. Das ist toll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.